Läuferinnen joggen meist auf den immer gleichen Strecken. Das wird auf Dauer langweilig. Wie kriegt man sie dazu, ihre Strecke zu verlassen und etwas Neues auszuprobieren? Mit der Nike 3 Fragezeichen Run App. Multilineare Hörbücher, deren Verlauf User durch ihre Route beeinflussen können. Die Läuferin kann in der App zwischen verschiedenen multilinearen Geschichten der Hörspielreihe die drei Fragezeichen auswählen. Die Geschichten sind an die jeweilige Laufgeschwindigkeit angepasst, da jedes Hörbuch an eine bestimmte Strecke geknüpft ist. Es gibt Hörbücher mit kurzen Strecken für Anfänger, Strecken für Fortgeschrittene und auch lange Strecken mit einem hohen Tempo für Profis. Die Schwierigkeitsstufe kann vor dem Lauf ausgewählt werden. An jeder Kreuzung oder Weggabelung werden der Läuferin zwei verschiedene Optionen präsentiert, die das weitere Geschehen in der Geschichte beeinflussen. Sie kann sich für eine Option entscheiden, indem sie nach rechts oder links läuft. Durch einen GPS-Tracker wird die eingeschlagene Richtung in der App aufgezeichnet. Je nachdem für welche Option die Läuferin sich entschieden hat, wird ein neuer, der Route angepasster Geschichtenstrang abgespielt. So kann er den Verlauf der Geschichte nur durch sein Laufverhalten bestimmen.